Werde ich jetzt auch einfach mal machen, ob man das denn sieht, ob es kaputt ist. Also so an sich sehen tut man das nicht, nur wenn man dann lang geht. Das ist natürlich auch doof. Ich hatte mal einen richtig extremen Bug, da bin ich so lang gerannt, über einen Stein gesprungen und da bin ich einfach in die Lüfte geflogen. War das mit der Aufnahme oder außerhalb einer Aufnahme? Da bin ich wirklich so gerannt, ganz bei einem Stein so hochgesprungen und dann habe ich mal nichts mehr gesehen. Also von mir. Ich weiß gar nicht, ob das während einer Aufnahme war oder so. Achso, komme ich dann noch zum Wasser? Bitte, bitte, bitte. Oh ja! Ja, ja! Ich überlege gerade, ob ich mir hinten so einen Hochbau, ähm, ähm, Dingsbau hier wartet. Ich zeige es euch. Hallo? Und zwar... Ich muss es suchen. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo das war. Oh, ist das echt gedreht? Mist! Ich brauche das mal kurz so hin. Äh... Ich muss höher. Huch! Ach, du bist ne... Lieb's natürlich so. Davor irgendwie ne Triebe. Ähm... Hä? Am liebsten da, wo es jetzt ist, hin. Hä? Wo baue ich denn das dann hin? Scheiße. Es ist scheiße hier zu bauen. Es tut nicht nur so, es ist so. Achso, wir escape einmal. Ich nicht mehr. Du Lose. Das ist eigentlich ein wenig niedrig. Aber okay, brauchen wir da jetzt. Das fällt wirklich immer dämlich. Dann kommen wir hier durch. Oh. So, jetzt noch vier. Oh. Da können wir einen Baum nehmen. Ganz egal welchen. Jeder gibt vier. Nur den, den ich gerade gefällt habe, gibt es eigentlich fünf. Aber es ist wahrscheinlich schon wieder weggeflogen. Nein. Das bringt gar nichts. Das ist viel zu niedrig. Na gut. Fürs erste Lager sehr scheiße. Ich sage jetzt. Das ist schon mal sehr windig. Ganz kurz gewesen. Das ist ja cool, sogar die Tür wackelt hin und her. Woher hat er eigentlich die Scharniere? So. Also ich bin schon gebastelt aus Metall hier. Findet man ja so viel, ne? So. Hmm. Hm, hm. so daher dieses Haus sehr hässlich ist guck mal wie spät es ist die Sonne geht schon wieder unter ist schon nach um 12 trotzdem suche ich mal weiter vielleicht nicht 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 mein Problem ist nur ich habe wenig Energie da kann ich natürlich auch nichts gegen die machen die fappen mich einmal dann bin ich tot muss ich auch mal was trinken jetzt warum warum denn können wir mal hier jetzt auf einen Vorsprung gehen dieser Versprung verbraucht keine energie sind sie weg noch sind sie weg betonung auf noch ist ja hier die neue Kartenseite die alte ist natürlich auch trotzdem neu gemacht also neu dekoriert gestaltet die paaren sich da unten dahin ist gerade einer gelaufen ach so was mit der Sonne na du kleiner spawnvieh kleines spawnvieh schneewelt hier will ich hier will ich definitiv bauen weil wie ihr schon seht man sieht auf dem Boden liegende Sachen nahezu traumhaft ich weiß nicht ob diese Viecher jetzt angreifen können oder so da unten ist ein Container zwei ich muss jetzt was bauen hier bevor es wieder dunkel wird und ich will definitiv hier umbauen darum nehme ich ganz schön mal mein Zauberbuch zur Hand äh äh ne drehen eher hier ist die Tür dreizehn Bäume also Stämme hier rollt aber schnell alles runter hier muss ich sehr schnell sein und wehe ich kann da drinnen nicht schlafen nein wie ich die Rollen runter habe volle Kanne doch nicht die rollen langsam danke danke andere Bäume die meine Baumstämme gehalten haben nette Bäume habe ich hier in der Umgebung nette Bäume habe ich hier in der Umgebung und bevor ich den Baum fälle muss ich erstmal wieder Energie auffüllen damit ich hin und her rennen kann damit die Baumstämme nicht forever weg sind jetzt jetzt ne jetzt warum immer in die Scheiße die beschissenste Richtung die sie fallen kann Oh da waren keine Eingeborene sag jetzt nicht da waren Eingeborene da bin ich mir nicht sicher aber bin ich ganz schön schnell da hingerannt mutig es wird dunkel es war mir klar wusste ich na los hau weiter der letzte Baum je nachdem wie er fällt los alter ja der fällt super der fällt super jawoll jawoll man kann jetzt helfen und es lieben wir haben ein neues Haus eine small Kabine und es ist Tag hey bis hau 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 doof oh die small Kabine ist aber cool ja schade das Fenster hätte ich doch genau anders rum machen sollen dass das Fenster hier raus in die in die Richtung guckt schade kann das kaputt gehen natürlich ja kann es aber na gut so super Small Kabine also merkt euch das wenn ihr irgendwo anfangen wollt und erstmal etwas haben wollt für erstmal das heißt nicht das ist für immer das hält auch nicht für immer sichert das Ding einfach ab wenn ihr kekst euch ein freu und denkt nicht das ist wirklich irgendwas für für die Ewigkeit das ist für für den Anfang ich hasse Steine in meiner Umgebung ich hasse Steine in meiner Umgebung wäre cool wenn man so einen Stein wirft auf einmal Error ähm Spiel abgeschmiert gut was haben wir da jetzt gefunden mit dem Schwein ach ist bestimmt hier das hier oder A deep legion with meat and cook on a fire to eat ein Fire haben wir noch gar nicht ich überlege auch gerade ob wir hier oben mit dieser Hütte etwas größeres aufbauen dass wir uns hier oben so gesehen erstmal ein eine Festung bauen weil beim Schnee ist das echt cool man sieht nachts bestimmt auch was auf dem Boden glitzert Irgendwann gehts Irgendwann gehts was wollen wir noch Steine kommt schon Steine zeig mal 3 2 5 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 6 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6